hallo und herzlich willkommen zurück zu kronen rostiger speer wo ist er bitte einmal bauen danke schön habe ich das hingemacht jetzt sollte ich kann ich nicht nein rostinger speer den hier ja ich habe keine spröde schleifsteine mehr spröde sterben die habe ich alle schon gemacht oder warte mal spröde schleifsteine das waren die unteren oder schleifsteine da kann ich jede menge machen davon eigentlich auch machen wir die mal zuerst alle so wo ist er jetzt wo ist er wo ist er hin wo ist jetzt mein speer hin wo ist mein speer hin da ok und scharf ja okay scharf kann ich sonst nicht mehr viel machen nee acht stück ich brauche zehn robuste schleifsteine brauche ich dazu noch robuste schleifsteine robuste schleifsteine müsste ich spinnen killen spinnen killen wie sieht es dann aus ja kann ich ja mal machen ja nee 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 heute gehts erstmal drum oder da essen fahren ich brauche ganz viel essen bedeutet killen hier alles ich auch vielleicht meine was man hat hat man so kommen wir dann darunter erst luft holen und hat er jetzt nicht mehr auf wenn er hochkommt hat er doch früher gemacht haben das spiel kaputt gemacht die haben das spiel kaputt gemacht was er floh kann man auch essen ich habe nicht gesehen warte kommt gleich zurück jetzt hat er aufgeatmet alles gut sorry ok kann ich auch von über wasser machen erfolgreiche jagt würde ich mal so behaupten kommen wir kommen wir hier ist den vielleicht den einen noch glaube dann ist inventar auch voll wir schauen mal nicht ganz aber auf dem heimweg kann man auch den einen oder anderen vielleicht einsammeln und wer supi tupi ok kein wasserfloh nix mehr guck mal da ist dann noch eine hier wird sich nicht versteckelt wo ist noch einer man kann nie genug zum essen haben haben die schwimmende burg man kann ja leider nicht unter wasser bauen da ist leider ein das wäre schon cool wenn man unter wasser bauen könnte wäre richtig cool da hätten sie noch zwei hier sind die ruderwanzen ja und dann ist mir eingefallen was wir auch noch nicht gemacht haben wo sind sie hin die sind aber schnell das ist ja eine andere da waren noch zwei ok oh guck an sind die jetzt neu gespawnt ein ruderwanzer ein ruderwanzer ein ruderwanzer so jetzt reicht's aber oder ja ja seh ich halt nix mehr ok spinne äh ja warte oh das ding ist noch nicht fertig wenn du bestimmt nur oder man die liegt schon auf dem rücken als hätte sie das erwartet dass ich jetzt vorbeikommen ok essen einsortieren ja warum ich dir jetzt schon wieder so ein trocken warte mal wenn ich jetzt n drücke ja wirst du das habe ich nämlich hier ausgeschaut oder schnell einlagern in namen lager ist eingeschaltet achso ja 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 ich habe es verstanden ok gut jetzt n drücke ja lager voll perfekt ruderwanzen flossen hatten wir keine mehr nicht im lager doch spröde schleifsteine und staubmilbenpelz staubmilbenpelz ok ok was war hier drin da kann der staubmilbenpelz mit hin oder ähm und ist er hier ja ich weiß es nicht hier ist keiner die ist leer ok dann schauen wir mal wo ist sie wo ist sie das denn ah puppenleder puzzle seile hatte ich genug puppenleder war ist den Okay. Ja. Was wäre denn noch nützlich? Nützlich. Puppenleder. Ja, die hatte ich noch nie gebaut. Die könnte man mal ausprobieren. Hier brauche ich nochmal Zehennägel und Puppenhaut. Und Fusselseile. Und Rost. So, zuerst die. Puppenleder. Fünf Stück. Hatte ich doch aufgehangen, oder? Ja, hatte ich. Nehme ich hier mal Nummer sechs raus. So. So. Und so. Okay, gut. Puppenleder. Sechsmal angelagert. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo. Brauche ich das Ding? Ja. Komm schon. Kein Rost mehr. Das ist aber das geringste. Sense der Blüte. Sense der Blüte. Sense der Blüte. Die kommt mal. Was weiß ich. Äh. Wo ist er? Da hin? Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. Aber mit was rüste ich die denn auf? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Kann die was? Ist die vielleicht schon minzig oder so? Wo ist er denn? Äh? Da. Ne, ist er nicht. Was bedeutet denn das? Eine Chance auf was? Egal. Nix zum Essen mit, ne? War wieder typisch. So. Dann gehe ich unten hin und schlage ein paar von den Wolfsspinnen kaputt. Hoffe ich. Mit dem Ding. Okay. Äh. So. Egal. Läusebraten. Läusebraten. Hm. So. Läusebraten. Ich jetzt N drücken. Nö. Upgrade Steine. Zack. Und das Ding. Und? Wo habe ich denn... Ähm. Das Schwert da. Kommt mal auf die vier. Drücke die vier. Drücke Kuh. Dann habe ich das Ding. Drücke Kuh. Habe ich wieder Schwert. Drücke Kuh. Habe ich wieder das Ding. Alles gut. Ich kümmer. Hm. Mutationen. Giftschutz. Ist aus. So wie ich das sehe, ne? Warum ist das auf einmal so riesig hier? Ähm. Was ist das? Eckenschütze. Brauche ich nicht. Schwertmaster. Was gehört denn dazu? Ja. Das noch. Dann das. Und Giftschutz. Giftschutz. Da, ne? Hilft Resistenz. Genau. Das machen wir jetzt. Oder wir machen es beim nächsten Mal. Ich glaube, wir machen das beim nächsten Mal. Heute war mal Essen sammeln. Und übermorgen geht es dann weiter mit den Spinnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Gehabt euch gut und Tschüss.